Das ist der Moment, vor dem ich dich immer gewarnt habe. Einen Tag denkt man, man ist am Arsch und am nächsten bist du tot. Was redest du für ein Scheiß? Was hast du denn wieder angestellt? Sein dicker Kumpel, der hat den Kreditrahmen des Hauses gesprengt. Und das ist mein Haus. 80.000 Euro in einer Woche. Wir müssen das Gangsterball wieder ausgraben. Dafür brauchen wir den perfekt genialen Plan. Jeder zehnte deutsches Millionär. Dann ist auch jeder zehnte Kunde in unserem Späti-Millionär. Du bist ein Genie. Wie entführt man ihn? Profiler-Style. Wir tauchen in die Welt unserer Opfer ein. Wir erschleichen uns ihr Vertrauen. Und wenn sie nicht damit rechnen, dann schlagen wir zu. Du kannst ja nicht einfach eine Nulli schlagen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020